Es ist wieder Zeit für unsere besinnliche Nachmittagslesestunde mit neu erschienenen Romanen über den Zerfall der Welt. Heute mit der einzigen wichtigsten und ernstzunehmendsten deutschen Schauspielerin und Romanautorin Anna Brüggemann, die außerdem meine Schwester ist. Und wir haben die Schablone schon an eine Zufallsstelle ins Buch gelegt und jetzt geht's los. Sagen, so etwas ist mir noch nie passiert. Dann dachte er, dass das untervögelt und verzweifelt wirken könnte und dann sagte Betsy, I like your hands. Und da fiel ihm gerade noch rechtzeitig ein, dass er Englisch sprechen musste und er verfluchte seine Idiotie und fragte sich, was passieren würde, wenn er jetzt auf Deutsch antworten würde und zwar etwas besonders dämliches. Zum Beispiel, wie war ich? Und über diese Vorstellung musste er lachen. Materialermüdung, jetzt im Handel. Betsy und Moses.